So, die letzte Frage geht an Apoyo Sicken aus Monzelfeld. Bitte. Hallo, mein Name ist Sicken, Apoyo Sicken aus Monzelfeld. Ich möchte kurz Ihre Internetseite vom Presseclub zitieren. Zitat, doch die Kärzende kam diese Woche abrupt nach Luftangriffen des türkischen Militärs auf die PKK, war der mühsame begonnener Friedensprozess sofort passé. Das ist falsch. Die Kärzende kam mit der Ermordung der zwei türkischen Polizisten im Schlaf. Das ist eins von vielen tausend bewussten falschen Aussagen von europäischen und deutschen Medien. Genauso wie Krieg gegen Kurden. Die Türkei führt keinen Krieg gegen Kurden, sondern gegen die PKK, eine Terrororganisation. Und die PKK ist definitiv keine Arbeiterpartei. Oder kennen Sie eine Arbeiterpartei mit Kalaschnikow in der Hand, welches sich mit Thronhandel, Menschenhandel, Waffenhandel, Erpressung finanziert? Das war eine eindeutige Aussage. Keine Frage. Wollen Sie dazu etwas sagen, Frau Topschuh? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht? Gut. Das war eine eindeutige Aussage. 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 Vielen Dank.